hallo und jetzt willkommen zur neuen folge mafia 2 folge 44 und wir tun gerade carlo falcon von wo redet er denn gerade ist hier noch irgendwelche leute warum ist jetzt gerade nicht in deckung gegangen muss ich verarschen noch mal alter als diese sitze sind so scheiße ich muss ich muss über irgendeine stelle hin wo die mich nicht treffen können sehr schön nach hier oder so ich habe keine chance alle kannst du nicht umlegen was nicht ganz in typen mir gerade Ja. Ja. Noch irgendjemand? Nein! Warum habe ich denn die Granate noch dabei? Das ist doch doch schwachsinnig, was ich hier gerade gemacht habe. Verdammt noch mal. So, das ist im gleichen Weg wie gerade. Da ist er! Schieß! Idiot, du hast keine Chance! Alle kannst du nicht, dummling! Du bist komplett wahnsinnig! Ich freue mich schon drauf, wenn du krämierst! So, es wird es bald! Sie sind nur zu zweit! Äh, also ich habe schon gedacht, die Werfen jetzt hier irgendwas... Da wollte ich gerade in Deckung gehen. Also ich stelle mich gerade auch an, wie so ein letzter Vollidio ist, aber mal. So, ja. Tod, Tod, ja, aber nein, nein. Jetzt aber. Jetzt lassen wir mal das mit dem rumwerfen. Ich sammle bis kurz die Sachen auf. Hallo, wie wäre es, wenn wir erstmal in Deckung gehen? Alter. So. So. Alter, ciao! Ich schreck mich nicht so. Du bist komplett wahnsinnig! Ich freue mich schon drauf, wenn du krämierst! Du bist glücklich angekommen, wenn du krämierst! Wie ist das, was ist los mit dir? Du bist lecker! Du bist lecker! Schwer, schwer, schwer! Ach, schlau! Los, ach doch! Hing! Alter. So, lebt der kleine Spaß noch. Boah, jetzt endlich. Sehr gut. Ich will nur hoffen, dass du weißt, was du hier machst. Keine Sorge, alles bestens. Wirst schon sehen. Tja, was hat er denn von dir gewollt? Oh, nichts. Er hat mir ein Angebot gemacht. Weiter nicht. Ja, da wäre ich auch drauf gekommen. Was für ein Angebot? Ich sollte dich erledigen. Dafür wollte er mich zum Kapo machen mit einer eigenen Truppe. Eben das, was ich mir schon immer erträumt hatte. Ach so. Und warum hast du es nicht gemacht? Du schuldest mir noch 5 Dollar, Mann. Aha. Schöße, was soll das denn? Schon gut, Joe. Alles erledigt? Erledigt. Na prima. Dann haben wir ja was zu feiern. Los, fahren wir ins Portell. Ey, gute Idee. Na komm, Vito. Wir haben noch ein bisschen was zu besprechen. Okay, dann treffen wir uns dort. Okay, was ist das große Geheimnis? Hey, hey, was ist denn jetzt los? Wo wollen die mit Joe hin? Sorry, Kleiner. Die Sache läuft ohne Joe. Wo heelких drin ist, aber wir haben noch einmal dieants. Ja, das war's mit Mafia 2 und am Ende wird Joe anscheinend, was weiß ich, weggefahren, umgebracht, irgendwas, keine Ahnung. Ich hoffe ja mal darauf, dass es nicht umgebracht wird und vielleicht, falls Mafia 3 kommt, wieder dazukommt, ja. Falls Mafia 3 erscheinen sollte irgendwann mal, werde ich ein Let's Play davon machen, sag ich euch jetzt schon, außer soll davon, was es sich irgendeiner komischen Form abgekauft werden, wie, und die macht dann irgendwie so ein Blümchen, spielt draus, was ja unwahrscheinlich ist. Aber naja, zum Beispiel wie EA mit Blends vs. Zombies haben sie ja so ein First-Person-Shooter vor, oder so ein Third-Person-Shooter, so in Blends vs. Zombies-Style. Und ja, ich fände Mafia 2 eigentlich ganz gut. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Lasst euch mal überraschen. Falls manche werden es vielleicht wissen, wenn sie sich schon mal ein paar Videos angeschaut haben. Es war ja noch nicht ganz sicher. Aber ich bin mir selber auch noch nicht ganz sicher. Und deswegen lassen wir uns alle mal überraschen, sogar ich. Weil ich weiß auch noch nicht, was das nächste Let's Play ist. Aber ich werde vielleicht jetzt gleich schon mit der Aufnahme beginnen. Und ja, dann sage ich mal, danke fürs Anschauen. Besonders danke an, falls es irgendeine Person gibt, die das komplette Let's Play gesehen hat. Am Anfang hatte ich auch noch dieses Scheiß-Mikrofon. Aber so, keine Ahnung, Abfolge 30 spätestens habe ich, glaube ich, das neue, wenn nicht sogar schon viel früher. Ich weiß es nicht, seit wann ich das neue Mikrofon hier benutze. So, dann wurden es 44 Folgen. Mafia 2. Das erste Singleplayer-Projekt, das beendet worden ist von mir. Ich hatte ja GTA San Andreas und Just Cause 2 schon mal gestaltet. GTA San Andreas hatte technische Probleme, deshalb konnte ich es nicht beenden. Und bei Just Cause 2 da, keine Ahnung, das war überhaupt normal. Ich glaube, da hatte ich keine Lust mehr. Und dann war auch irgendwie, der Spielstand war plötzlich, glaube ich, zwei Stunden Spitze zurückgesetzt. Irgendwie eine ganze Aufnahme und dann irgendwas war da. Irgendwas kam da zusammen. Dann habe ich gedacht, lass mal abbrechen. So, vielleicht wird es irgendwann noch fortgesetzt. Aber jetzt, wo Pete Smith ist ja ein Displayteil, das wird Just Cause 2. Ich glaube, ich eher weniger, dass es überhaupt noch jemanden bei mir sehen will. Ähm. Ja. Dann. Übermorgen. Also, falls ihr das, diesen Party gerade am Erscheinungstag seht, wird übermorgen das neue Let's Play starten. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Singleplayer-Let's Play täglich hochladen werde oder auch jeden zweiten Tag. Und ich weiß auch nicht, ob ich 15 Minuten oder, ja gut, ich mache ja eh, ich weiß auch nicht, ob ich die Folgen dort abmoderiere und anmoderiere oder ob ich sie so durchgehen lasse. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse es einfach so durchgehen und schneide es im Nachhinein. Wahrscheinlich auch 15 Minuten. Ja gut, ich lasse euch noch kurz den Abschirm hier ablaufen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Wir werden nicht vergessen. Und danke für 160 oder jetzt auch 163 Abonnenten. Tschüss. 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 Tschüss.